hallo meine lieben und weiter geht das wir werden erst mal mit hand lieben komm schon mir nach lass uns wohin gehen dann willst du kämpfen das hätte ich mir gewünscht halt nein das war zu grob entschuldige wie auch mal wir haben nur einmal mit dem schwert gekämpft doch ich weiß dass du ein ehrenwerter gegner bist und ich möchte dich jemandem vorstellen da ich dich ja auch anerkannt habe bitte folgen mir gut das ist tula gut geht hakan du hast gäste dies ist der ehemalige mona mona hakan lässt der krieger der die halskette das am längsten schützt und diesen unterstück gerichtet hat also warum ich du wolltest aufgrund eines würges gerufen den er mir vor langer zeit anvertraute seine erinnerung ist nicht so klar wie früher aber er sollte klarkommen er war noch bis vor kurzem voller leben der wunsch eines alten mann ist ja ein wunsch ich habe seit langem einen wunsch du wirst schon bald erfahren nein ich hoffe du erfährst es also ich gehe kurz raus ich überlasse das euch allein schon kurz raus wir sind wir sind draußen und wer bist du stell dich vor ich verstehe ihr seid die dac es geste in dac es geste in dac es geste entschuldigung ich habe eine bitte eine sehr wichtige bitte bitte sprich bringe mir bitte ein paar rüben sie wachsen auf dem feld aber mein rücken ist nicht mehr so kraftvoll wie früher bitte ok ja mal ein paar rüben holen und wer bist du ich bin hakan wer wirst du mich vorstellen ich verstehe ihr seid die dac es geste entschuldigung ich habe eine bitte ja ich soll grüben holen ich weiß eine sehr wichtige bitte kann das sein du begreifst sehr schnell bringen wir bitte ein paar rüben sie wachsen auf dem feld aber mein rücken ja ich sind so kraftvoll blablabitte ich habe doch immer schon rüben geholt was soll das denn jetzt hier hahn nun hat es mir bereits erzählt du bist eine große kriegerin kriegerin okay ich bin alle kriegerin warum tust du mir sagen warum schaust du nicht so an mein verstand mag so alt sein doch mein herz schlägt gut wie juli aber egal ich würde dass du gegen die dac gekämpft hast was hältst du also davon da du gegen so viele krieger da draußen gekämpft hast ich glaube nicht dass er das viele gegner hat verstehe ich versuche dass die dac den titel das stärksten kriegers dataliert zurecht trägt der älteste schaut auf das schwert und wirkt in erinnerung an dem tag an dem der mit dem willen allein und verlassen steht werden sich alle niederknien und die die rote erde folgt ihnen es ist eine heilige taja prophezeiung die stammes angehörigen glauben dass die dac der auserwählte ist und ich gehöre auch zu ihnen nur diejenigen die von der prozeiung erwählte sein können dürfen nun werden der einzige der nicht da zu glauben scheint ist dac selbst seine bescheidenheit hindert ihn daran die wahrheit zu akzeptieren dass er der krieger der prozeiung ist fremdling was meinst du bist er würdig denke schon falls nicht dann ist er ein anführer du wirst nicht gewöhnlich ich weiß dass ich ich heute zum ersten mal treffen aber ich wusste sofort dass du einer der mächtigsten leute bis ihr nicht jemal leben begegnet bin du könntest die tag vielleicht zu unserer wahren bestimmung führen du könntest jemand sein der sehr wichtig für uns ist ich bitte ich bitte dich also weiter die tag zu müssen die tag hat trägt ganz alleine die bürde die ihm viel zu schwer ist wenn er so weiter macht wird ihnen das brechen es gibt etwas was zu tun kannst nicke entschieden er ist das ist eine sehr wichtige bitte könntest du nicht bitte bringen wir schon wieder wachsen auf dem feld bla bla bitte du warst wohl nicht haakans letzter feind hakan ist nie geworden ich meine bevor er als müde zurück trat sagte er immer dass er wird sein letzter gegner erscheint ein weiteres mal zum krieger aufsteigen wird und außerdem dass er sein ende das als krieger im kampf gegen in diesem feind finden wird darauf hatte ich mich gefreut wie schade du sagst ich soll hakan töten ich dachte du würdest das verstehen ein wasserfall der nicht fließt ist kein wasserfall mehr selbst für den mächtigsten krieger ist ein kampf berglos wenn er nicht mit ganzen herzen bei der sache ist ich habe dich gerufen weil ich dich um einen gefallen bitten wollte um genau zu sein ist er für meinen bruder würdest du dir du das geschichte anhören ich will eine kriegerin werden eine mächtige krägerin wie meine schwester also gütiger fremdling könntest du mir ein horn herstellen ein horn ja es ist eine tradition des felsen stammes ein horn von einem krieger zu bekommen den man respektiert meine schwester bekam vor langer zeit ein horn von häuptlingen asila gütiger fremdling du bist so ein großer krieger oder das meine schwester hat das gewürdigt und auch ich respektiere dich mittlerweile ich würde mich freuen ein horn von dir zu bekommen ok wie sieht es aus wirst du auf thulas bitte eingehen das wirst du das freut mich es ist gefährlich soweit vom unterschritt sich soweit vom unterschritt zu entfernen deshalb wären die es heilige klippe gut geeignet das ist ein gutes jagdritier weißt du zufällig etwas über falkenerei walten tüten ihre beute in der regel sehr sauber es wird dabei helfen ungeschädigte hörner zu bekommen bitte sehr jetzt kannst du die erfolgerei einsetzen rufe einen falken mit mit der pfeife und trifft das ziel ja mama das sind hervorragende fähigkeiten auf zur jagd ja ok gut also das ein einziger folge das sind kriegt kann ich mir nicht vorstellen das reicht nicht aus denkt daran dass kind wird das ford dass du ihm gibst für den rest seines lebens behalten daher sollte das perfekt sein jagen wir einen einen größeren ok sagt muss sich dass du das schon erschöpft keine größere folge da nicht umgegibt sich zur höchsten klippel das ist das das ist das ist Oha! Was für ein schönes Horn! Perfekt! Ich schneide es zu. Hier, bitte. So sollte es passen. Wäre das nicht zu groß für Tula? Es scheint, als wirst du erfahren. Natürlich gab es keinen anderen Tier wie mich im Dorf. Deshalb haben mich viele Kinder gebeten, ihn ein Horn herzustellen. Aber jetzt ist das alles vorbei. Dali hat eine Hornflöte aus dem Horn gemacht, das ich ihr gebracht habe. Versuch es zu blasen! Das ist wirklich ein schönes Horn. Tula wird es mögen. Ich dachte, dass Tula eines Tages die nächste Felsenkriegen werden würde. Dania sieht das Horn mit gesenktem Blick an. Es tut mir leid. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Lass uns zurückkehren. Dania geht es zu den seiligen Klippen herunter. So. Ach Gott, dann wollen wir mal. Es ist so... schön! Wie ist es, Hanun? Es ist das prächtigste Horn, das ich je gesehen habe. Ich sehe es schon am Horn. Das muss ja ein Biest gewesen sein. Du bist ein mächtiger Tier und ich... und ich auch ein erfahrener Jäger. Ich wünsche nur, ich hätte dich schon früher kennengelernt. Es wäre wundervoll, wenn du als Taya geboren worden wärst. Wir hätten gemeinsam auf den sternenklaren, endlosen Ebenen kämpfen können. Ein Kampf, der erst geendet hätte, wenn sich die Sterne zerstreuen und die Nacht das Land umarmt. Klingt das nicht wunderbar? Ich werde dieses Horn für den Rest meines Lebens ehren. Hehe. Ich bin so glücklich. Ich freue mich, dass ich zu diesem Unterschlupf gekommen bin. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Schwester ist auch bei mir. Ich bin selbst mit dem gütigen Fremdling befreundet. Ich meine Tabellierung. Ich werde ein besserer Krieger sein als Häuptling Asila. Ich hoffe, meine Schwester bleibt hier, um mit mir zu trainieren. Glaubst du, sie bleibt hier, um mich zu kümmern? Darauf habe ich schon lange gewartet. Der Tag, an dem Thula in Sicherheit leben wird. Das war die einzige... Ich war die einzige Beschützerin des Felsenstamms. Ich musste ständig Schlachten schlagen. Aber seitdem wir hier sind, muss ich das nicht mehr. Es ist nur... Ein Teil von mir braucht das, glaube ich. Ich will da draußen sein und meine Leute beschützen. Es ist schwierig, alle zu beschützen. Aber so viele Taillere leiden immer noch unter den Fremdlingen. Ich bin nicht sicher, ob ich allein mit Thula so glücklich sein darf. Du wirst nicht mehr die Felsenkrieger. Du wirst nicht mehr die Felsenkrieger. Ich hoffe, du verlierst deinen Geschwister nicht wieder. Ich habe zunächst versucht, das zu akzeptieren. Und ich habe auch versucht, mein Pflichtgefühl als Kriegerin abzulegen. Aber je mehr ich das tat, desto größer wurde die Leere in meinem Herzen. Ich habe die Kraft, die Kraft, um für die Leidenteier zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr tun könnte. Zum Beispiel wie die Wölfe der Rache hier. Ich versuche hier jemanden, um Rat zu bitten. Was Ratschläge angeht, klar. Gehen wir zur Mune. Ich höre mir seine Ratschläge an. Tula, gehen wir. Wir müssen etwas angeben. Jetzt! Mune! Ich muss dich etwas fragen. Was führt dich und Danika hierher? Irgendwas scheint dich zu bekümmern. Das ist also Danikas Geschichte. Bitte. Du willst etwas mit mir besprechen? Hm. Okay, ich verstehe. Das Treffen war ziemlich lang, selbst wenn es nicht so gewiesen wäre. Ich werde es als Pause nutzen. Verstanden. Heidaka sagt den Krieger in der Nähe, dass sie eine Pause einlegen sollen. Hier entlang Danika. Ja. Was wolltest du besprechen? Gibt es etwas, wenn wir nicht helfen? Wir können sie nicht einfach im Stich lassen. So. Der Mune wird entscheiden. Ähm. Tanze ist auch nicht sicher. Aufheiterung. Option. Zeige, wie du tanzen kannst. Zeige mit Umaka deine Tanzfähigkeiten. Option Zeuge deinen Wellentanz. Habe ich noch nicht gelernt. Habe ich noch nicht gelernt. Habe ich noch nicht gelernt. Dann tanz ich auch noch mal. Hm. Dann tanz ich auch noch mal. Was ist... Ein Tanz? Du... Du bist ziemlich gut. Dein Rhythmusgefühl. Erstaunlich. Ähm. Hier hat diese Sternenlicht. Tss. Hm. Du bist doch nicht unser Zell. Du bist aber nicht mehr. Du kannst und starke Kacke einige. Hallöf GMT-B chronicattern. Fields war immer noch... Ich will Gott nicht. San lokaler Vertretert. für einen außenseiter weißt du genau wie man den beat reitet es war gute musik und ein guter tanz das hat mich sehr motiviert ich bin der beste tänzer der tag ja ich habe einen tanz ich habe deinen tanz eine ungeschabte tiefe gespürt es hat die vertrautheit und das selbstbewusstsein die die sich nur zeigen wenn man schon hunderte und tausende male getanzt hat nämlich geschmeichelt nein du hast dir das lobst wohl verdient eines tages werden wir uns die zeit nehmen gegeneinander anzutreten ich freue mich schon drauf und dann ich habe von der niggers bedenken gehört ich glaube die geschichte wird lang gehen wir rein und was die wölfe der rache angeht fangen an sie aufzuspüren für die zeit hast du keine geschwister felsenkriegerin ok mona er sagte dass ich viel geopfert habe um die leute zu beschützen und deshalb würde ich es verdienen mit tula glücklich zu sein er sagte ich solle hier bei tula sein und sie sicher aufwachsen sehen und er hat recht nachdem tula noch jung ist taja haben eine tiefe abneigung gegenüber außenseitern für uns ist rache nicht mehr verhandelbar in diesem land wurde bereits zuviel taja blut vergossen deshalb habe ich zusammen mit meinen anhängern die wölfe der rache gegründet wir werden nichts zögern blut zu vergießen um taja zu beschützen davalero ich habe gehört dass du hier viele leute getroffen hast ich möchte deine erinnerung hören nachdem du sie mit eigenen augen gesehen hast sehen wir immer noch aus wie barbaren für die für die die fremdlinge uns halten wir wollen die gleichen dinge das gleiche leben aber im heutigen rohn muss jemand für die taja blut vergießen damit sie ihr normales leben zurückerlangen können bis alle fremdlinge aus diesem land betrieben sind wir müssen die minen die und hilfen der fremdlinge überfallen alle taja retten die als sklaven arbeiten und diejenigen jagen die den stamm ausplündern und ihre basen wieder brennen das sind die wölfe der rache die wölfe deren familien wo ihren augen getötet wurden deren tod niemand betrauen wird und sie bereit sind für die rache zu sterben das sind wir munidaga spricht wieder mit daniga während er tee trinkt ich weiß glaube daran dass irgendwann der tag kommt an dem die taja rowan gerecht haben das wenn der fahrt dort mit blut getränkt ist wir werden erschaffen aber irgendjemand muss sich auf den tag vorbereiten an dem militärische bedeutungsfluss ist danika ich hoffe du bleibst deine felsenkriegerin wenn du jemals meine hilfe brauchst bin ich für dich da gut ich werde jetzt hier die folge bedanke mich fürs zuschauen das gefördert däumchen aber und sagt das nächste mal wieder dabei bau 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 bau